Sport ist auch ein ganz wichtiges Thema. Viele Leute machen ja Sport, um Gewicht zu verlieren, Kalorien zu verbrennen. Die schlechte Nachricht ist, so wahnsinnig viel Kalorien verbrennt man dabei gar nicht. Wer eine Stunde läuft, verbraucht ungefähr nur drei, viermal mehr Kalorien als würde er rumsitzen und fernsehen gucken. Die gute Nachricht ist, wer keine Lust hat, eine Stunde durch die Gegend zu rennen kann, einfach auch drei, vier Stunden sitzen und fernsehen gucken.